PIZZERIA BELLA PISTACIEN Heute gar nicht gierig? Ja, Pizzeria BELLA PISTACIEN. Wollt du nur sagen, Pizza kommt etwas später? Die kommen später? Wieso? Haben sie den bestellt? Die Pizza kommt etwas später, also in Viertelstunde etwa. Ich habe keine Pizza bestellt. Hier ist das Hotel gar nicht gierig. Ich weiß ja nicht. Der Alberto hatte keinen Namen und keine Adresse hinterlassen. Aber er ist ja bald da. Ja, ist ja keiner da, außer mir. Ja, Alberto hat der Auftrag selbst entgegengenommen. Ja, das kann schon sein. Wir werden sehen. Alles da. Ich kann den Pizzataxi nicht erreichen. Alberto hat sein Handy nicht bezahlt. Er weiß aber Adresse. Kein Problem. Dann, wir geben Pizza ab bei den Nachbarn und sagen Geschenk vom Nachbarn. Sollen wir es so machen? Sind sie hier noch dran? Ich habe keinen Nachbarn. Sie hatten überhaupt nicht bestellt? Nein, sie sind im Hotel rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Gast... Ah, das kann ja nicht sein. Wer hatte denn dann bestellt? Ja, ein Gast oder jemand anderes. Hier, die Wildenfelser Straße 20 A. Nein. Ich meinte, Sie kaufen die dreimal Pizza zum Preis von zwei Pizza. Dann nur Pizza um die Hälfte teurer. So hat jeder Gewinn. Okay? Nein, ich brauche keine Pizza. Ich habe Abendbrot gegessen. Ich bin dick genug. Nein, ich habe keine bestellt und ich brauche auch keine. Sie hatten bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fiesmuscheln, Schrumpfkopf und Mozzarella. Ja, wunderbar. Klingt gut. Ich kann den Pizzataxi nicht erreichen. Alberto hat sein Handy nicht bezahlt. Er weiß aber Adresse. Ja, er wird schon kommen. Ich weiß nicht. Alberto hat keinen Namen und keine Adresse hinterlassen. Aber er ist ja bald da. Jawohl, jetzt wünsche ich was. Oh Vorschlag. Sie kaufen zwei Pizza zum Preis von drei Pizza. So hat jeder Gewinn. Ich kaufe gar nichts. Ich habe gar kein Geld. Ich habe nichts bestellt und der Kollege wird schon kommen. Das ist sehr schade. Aber was hat denn Sie bestellt für Pizza? Margarita? Nein, wir bestellen... Wir werden sehen, wenn er da ist. Alberto hat der Auftrag selbst entgegengenommen. Ja, ja. Alles klar. Tschüss. Ja, Pizzeria Bella Pistazia. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Ja, jetzt habe ich es begriffen. Alles klar. Tschüss. Arrivederci. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020